hoch du musst dagegen springen wenn es gerade weg geht das kann sein das ja ist klar es ist beide gleichzeitig mhm das ist aber die da die stelle mag ich nicht wieso weil die so hoch hängt geht doch so nicht so blöd ist wie dich mhm schön dein Leben was er gerade verloren hat wie ist er das geschafft äh 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 hm 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 alright bis aha ah hast du gesperrt hier ja hm extra ok da sie das auch noch sicher sicher ach schon seit ich die ganze ähnung noch schaffe mhm kommt mein geisterlevel lieblings geisterlevel lieblings mhm tot na viel haben wir mittlerweile 84 geht doch hehehe damit kannst du ja noch leben holen ne fließe hallo 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 ab dann glaubst du ja das wieder aufs Kühl was denn sicher ich habe gar nicht mitbekommen gehabt dass du gezeigt hast das musste das musst du machen ohne super jump hast du zwei leben er musste nur so aufs fass springen kannst du ab wieviel du willst ich höre dich eh nicht warum nicht aber er hofft zu beleidigen gesagt ich mach doch gar nicht so arsch er ist ja gut ich habe gesagt du kannst auch ohne super jump dahin ich habe es geschafft ich hatte vorher noch ein save gemacht ja ich habe es gemerkt habe dich halt nur nicht gehört gehabt mehr sehr gut und ich sage helfe ich dir nicht mehr so möchte dass ich bin so weiße bist du mal sozial zu dem jungen heute jetzt geht das lieblingsherr das ist das geiles level hat ab das ist ja noch einfach ist aber behindert das ist amerika minus na nicht gut ja das war glück kommt jetzt mr minusmann jetzt kommt mr ich bin knapp an plus dran und sterbe die lache ne danach kommt glaube ich mr mr minusmann und danach kommt mr plus und minusmann ne oben ist der kroko unten ist der der bezahlt kroko kloppers kiosk aber holt ihr bei leben holen hallo oma speichern ja du alte oma speichern was sagt sie jetzt kommt wieder wenn du eine frage hast ich will wieder dass sie vonne proppen sagt kletterschlein kletterschlein halt von doch schon wieder schon wieder die 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 nicht fack so gewonnen so zwei schlecht das ist schlecht in diesem spiel ich bin nur sozial also ja noch ein plus ein k ein flash kackkopf was für bescheide level das sind doch geil bist behindert ja nie ist klar ich habe einfach nur durchfahren wahrscheinlich ja so viele alle 70 zu kriegen schaffst du meist ich habe das schon mal nicht geschafft ja das ist so geil hängt die münze bist du gerade fertig hängt die münze nämlich sie ist an der zeit wickskopf hat sich trotzdem gekriegt ja der wickskopf irgendwo muss der save das sein da ist er doch du musst ja ganz viel zeit haben jetzt hat er minus siehst du einmal einmal ich darf zweimal glaube ich ohne eine sterbe durch zweimal da wie eine kiste nehmen wozu damit ich noch gerade ins ziel kammer das geht ja noch stirbst wieder wieder es ist ein mal koko 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 muss direkt weiter koko in den po koko 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 in den po fick dich hau ab das steigt so schnell an, das ist heftig ja, das ist das Miese, das stimmt nein fuck, die hätte ich auch nochmal gebraucht safe vor allem, ich ging jetzt gerade wieder an, ein bisschen zu lenken bei mir nein, naja, egal ich hätte mal ganz schnell in die Tonne schwimmen müssen ne, hätte er die auch gekriegt mein Headset, ich bin ja aus das ist ein bisschen komisch, kannst du es nicht einstecken? du Nubrit das war das scheiß Ding, das auch nicht aufgeladen ist alter Halt's Maul warum bist du nicht wieder gestorben? halt doch dein Maul ich hasse das ab dem dritten hasse ich es und dann kommt wieder der vierte, der ganz okay ist was, du hasst dich? den Minusmann hasse ich ja, dich also Halt's Maul hallo wenn du den bockst, dann würdest du ein Endlichkeitsfass ja ja, da hättest du ein Endlichkeitsfass nee, egal, egal man, Fixie ist wieder da wo lang muss ich? einfach weiter rechts Boah Regen Bean na, die kommt nochmal ach, nö, DRECKS das war knapp nein, die wird ausmacht boah, das ist so dreckig, ne, das Level das Level ist, das geht doch noch komm, wir tauschen du hast aber selber Probleme gehabt, du Arsch ja, darf einmal, zweimal Probleme haben solange ich Leben anhalten nein, ich hab'n vergessen ach, komm schon echt?